Was geht ab? Wir sind Sam und am 28.02. kommt unser Album raus, nämlich TTB. Ganz genau. Es gibt da ein paar verschiedene Versionen und wir erklären euch jetzt einfach mal, was da wo dabei ist. Zum ersten gibt es die Standardversion mit zwölf Songs. Es kaufen meistens die Broke Ass Motherf*** zum Beispiel. Keine Gimmicks, einfach nur dieses Album. Zwölf Songs. Fresh. Dann gibt es noch die digitale Version. 14 Tracks. Zwölf plus zwei Bonus Tracks. iTunes-Version digital. 8,99 zum Vorbestellen. Wenn man es nicht macht, 10,99. Das bedeutet zwei Euro mehr. Deswegen vorbestellen, definitiv. Falls ihr denkt, ach, ist mir ein bisschen zu wenig, gibt es noch die Instrumentals. Alle zusätzlich oben drauf, Jungs und Mädels. Das ist schon sehr verrückt. Deswegen auf jeden Fall iTunes-Version vorbestellen. Außerdem gibt es noch die Deluxe Box, die streng limitiert ist. Unglaublich hochwertig ist. Und die hat drei CDs. Und zwar zum ersten die Premium-CD mit allen Songs vom Album und zwei exklusiven Songs. Dann gibt es noch eine extra CD mit allen Instrumentals vom Album. Und es gibt es sonst nirgendwo. Gibt es noch eine unglaubliche 10-Song-starke-Remix-CD auf dem Album. Noch mal extra CD. Unfassbar. Besser geht es gar nicht. Man denkt, mehr passt nicht in die Box. Aber dann kommt noch ein T-Shirt dazu. Unfassbar schönes T-Shirt. Und ein unfassbar großes Poster von uns. Genauso groß. Dann gibt es noch die Premium-CD. Noch mal die zwölf Songs vom Album. Zwei exklusive Songs, die auch bei der Deluxe Box drin sind. Und Instrumental-CD mit allen Instrumentals. Krass. Dann gibt es noch die Vinyl. Auch Schallplatte genannt. Groß, schwarz. Krass. Inklusive. Also mit drin bei der Vinyl ist dann auch noch eine Premium-CD mit zwölf Tracks. Inklusive den zwei Bonus-Tracks. Also auch wieder den 14 Tracks. Wow. Schallplatte und CD zum Superpreis vorbestellen. Das war's von uns. Nicht vergessen am 28.02. unser Album kommt raus. Jetzt vorbestellen. Ihr kennt die verschiedenen Versionen. Und wenn ihr es immer noch nicht geblickt habt, einfach zurückspulen und von vorne angucken. Wir sind Sam. Nochmal. Also. Broke ass mother****. Genau. Und? Kleine ****. Nein. Was und, Alter? Und da sind zwölf Songs drauf. Die kann das nicht aus. Und? Alter? Und? 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 Und?